Ahoi Leute und willkommen zu dem nächsten Podcast vom Titan Quest Multiplayers Play. Diesmal mit mehr FPS, weil ich es jetzt über Windows 7 spiele. Fishy ist auch noch da, die Dodgers, der Albtraum und Prügeleien gibt es heute wieder. Ja, ich stelle gerade mein Mikrofon nochmal nach. Moment. Alter, das Spiel läuft jetzt flüssig einfach mal. Ähm, ja, Windows 7 ist besser fürs Zocken als Windows 8. Äh, Windows 8 ist einfach mal einiges schneller. Und, ähm, ich muss jetzt das lag. Oh, also bei mir ist Dauerlag, aber... Ja, bei mir hatte ich gerade einen kurzen Lag. Okay, die Effekte sind ein bisschen leise. Ja, bei mir auch gerade. Ich habe die Gesamtlautstärke inzwischen recht weit runtergeschraubt, weil die im Hauptmenü ja immer so mega laut ist. So, jetzt sehe ich es auch noch annehmbar an. Ähm, ja, die Gamespy-Server sind... Wann sind die down gegangen? Äh, Montag. Montag schon? Ähm, ja, Montag. Oder Sonntag sogar schon? Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ähm, die sind seit letzter Woche jetzt down. Und deshalb, äh, mussten wir uns was anderes überlegen. Über Tangle, ähm, konnte er mir nicht nachjoinen, weil Tangle unter Windows 8 bei mir ein Problem hatte, weil ich da mal was bei der Infektion verkackt hab. Und, ja, jetzt habe ich nochmal Windows 7. Du hast nichts verkackt, das ist momentan ein Problem, was Tangle hat. Ist in ganz vielen Foren diskutiert und so weiter. Ja, naja, nicht so viel. Hab mir Jörg gesteckt. Es ist, äh, es lief aber unter Windows 8 bei mir schon. Aber ich finde, ich finde, ich finde super... Nein, bei mir lief's auch. Okay, ich hab's, äh, es seit Windows 8 das neueste Update da. Liesst du? Aber es lief bei Windows 8 auf den neuesten Update bei mir anfangs auch. Das hat nichts mit dem Dings zu tun. Okay, Jörg meinte seit dem neuesten Update geht's bei... Gar kein Windows 8-Rechner mehr. Oh, es laggt so wie eine Hure. Kommt das jetzt durch Serverlags oder durch Lags von deinem PC? Hä, warum kommt hier ein Brunnen? Wir sind jetzt von hier... Von hier aus nach hier gegangen. Dafür gibt's ein Brunnen, für nichts. Und in unsere Gebieten kommt 30 Jahre kein Brunnen und hier einfach überall. Kriegslogger. Achso, der ist ja wahrscheinlich... Bambus ist das... Oh, ja, Katzis! Guck mal, Katzis! Oh, sind die... Hallo! Und die sind schwach. Ach, guck mal, noch eins! Digga, die haben wir überhaupt keine... Okay, die habe ich stärker in Erinnerung. Wahrscheinlich sind wir einfach überlevelt, weil wir einfach sechstelbe über den sind. Ähm, hier war nichts mehr. Hier ist das Kartenrand. Guck mal, Kartenrand. Ähm, nice. Ähm, ja. Schick, schick. Und, ähm, da ich hier Windows 7 wieder hab, wird auch das Sacred Let's Play nach diesem Let's Play auch weitergeführt werden. Ja, denn dank Windows 7 funktioniert das alles wieder. Das ist so ein schönes Ding. Boah, bin fast tot. Also, die schwarzen Kätzchen sind stark. Boah, dezent. Äh, die sind auch nur noch ein Level unter uns. Meisterumhang. Shotgun. Sehr gut. Ohoho, der ist hübsch. 88 Rüstung. Find ich jetzt noch einen mit einer guten Verzauberung, nehm ich den. Wolltest du das grüne Teil haben, was ich dir jetzt abgefuckt hab? Na, am Arsch bist du. Ja, ich hab den Kriegshammer. Ja, den will ich haben. Ich liebe Kriegshammer. Nein, mag ich nicht. Äh, mach ich einfach mal drei. Ich benutze meine Skills viel zu selten. Ich benutze meine Skills immer, aber ich hab da halt nur einen Kampf-Skill. Äh, der weiß ist übrigens auch ein bisschen hart. Das ist ein Zauberreise, Muschi. Was, was für dich? Mahagonitruhe, was war denn das? Äh, ein Hakenschwert. Oh, das ist gar nicht schlecht, aber, ne. Es ist gar nicht schlecht, aber, ne. Alter, hab ich gute Beinschienen, ey. Ich hab auch welche. Der, boah, fällt mir stärker als hier. Mir gefällt dieser Bambus, das mag ich. Ja, ich auch. Das ist wirklich hübsch. Ich mag asiatische Baukunst, ich mag auch asiatische Gärten. Ich auch, ich liebe die. Ich würd mich in den ließen einen reinsetzen. Du kennst keinen asiatischen Garten, oder? Ich kenn genug. Instagram-Pitch. Nein, aber ich hab schon welche gesehen und die sehen mega geil aus. Ja. Okay, die greifen uns einfach nicht an, wenn sie uns nicht... Okay. Lass die einfach leben. Sie sind hübsch. Aber okay. Ja, aber es sind... Es sind Dinos. Alter, Hauptsache, es sind beide Hunde tot. Die Hunde muss ich euch mal ein bisschen besser skillen. Die sind echt unterlevelt. Ja. Ich hab halt viel auf irgendwas... Weißt du, was geil ist? Dass das Spiel läuft jetzt wirklich mit 59 FPS durchgehend. Das ist schön für dich. Bei mir läuft es nur 20. Ich glaub, hätt ich Fraps auf 60 gestellt, würdest du auch mit 60 FPS durchlaufen. Natürlich. Ich liebe Windows 7. Aber ist das so langsam. Wenn du es auf SSD installiert hast, ist es nicht. Ja, aber es wäre trotzdem nicht so schnell wie Windows 8. Ja, das ist klar, aber es wäre schneller. Ich glaub, ich kaufe mir Windows... Das finde ich scheiße. Du kaufst hier einfach noch eine SSD. Ja, aber die ist so mit 2 Terabyte oder so. Also ist ja Kleingeld. Das ist gerade eine mit 256 im Angebot, wie gesagt. Wo und wie viel? Wenn mich nicht alles täuscht bei Expert... Ähm, 99 Euro. Am Arsch kostet die 99. Ist so. Wir können jetzt kurz eine Aufnahmeunterbrechung machen, dann hol ich das Prospekt her. Nein, das muss nicht sein. Ich glaub dir schon. Wusst du nicht? Ja, wahrscheinlich nicht, aber... Ist halt keine von Samsung, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, von was sie ist. Von Sundance, glaub ich. Sundance, ja. Ja, das Sundance ist nicht schlecht. Also mein USB-Stack, ich bin zufrieden. Ja, ist jetzt nicht schlecht, aber ist halt nicht so... Es ist... Ja, ich hab keine Ahnung von Sundance. Hilfe! Oh, guck mal, Katz, sie ist... Ich will den Rudolführer, damit er keinen Zauber machen kann. Ja, ernsthaft, der einzige, mit dem ich Probleme hab, ist der Schwarze. Auf den Schwarzen, auf den Schwarzen! Ich will seine Rüstung haben in einer guten Verzauberung, weil die ist mega geil. Die 88 Rüstung, einfach so. Ja? Und meine hat jetzt nur 12 Intelligenz, dann lohnt sich das. Ne, ich war meine hat 12 Stärke und noch einen anderen Scheiß. Und nach der Rüstung weniger. Das sind halt meistens Zauberer und die haben Intelligenz-Scheiß. Der Rudolführer ist ein ganz normaler Kämpfer. Ja? Nee, 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 nee. Der, ja, aber er ist kein Vollzeit-Zauberer. Wer weiß, er ist ein Vollzeit-Zauberer. Ach mein Gott, das Spiel läuft viel zu flüssig, kriegt er Augenkrebs von. Ja, siehst du, das meinte ich nämlich bei deinem Spiel, äh, bei TTT. Da hab ich auch übertrieben Schmerzen von gekriegt. Ich mach die beiden Zauberer übrigens hinten weg. Okay. Die Zauberer-Umhang sieht mega geil aus. Ja, übertrieben. Nach links ging's auch weiter. Ich hab Augenjucken, ich hab Augenjucken. Das ist übrigens rechts. Nach links ging's aber auch weiter, unten links, oder? Da geht das einen kleinen Weg runter. Oh Gott, das ist wieder hier so eine riesige Hochebene wahrscheinlich. Äh, wo kommen die beiden her? Oh, ich liebe Hochebenen voll nicht. Ich schon nicht. Dieser Zauber ist eigentlich ganz nützlich, dass die gekriegt haben wird. Ja, du solltest den wirklich öfters nehmen. Nee, da wird das Spiel ja zu leicht. Ich sterbe fast instant bei den Viechern. In Ernst? Ja. Bei den Raptoren. Nicht wirklich, aber die machen mich schon ganz schön gut runter. Die machen mir sogar keinen Schaden und ich heil mich mehr an den Horrors, die mir Schaden machen. Ja, ich sterbe dabei. Ich war jetzt grad schon wieder kritisch. Ähm, das Single-Let's-Play wird wahrscheinlich jetzt wieder wirklich komplett Single erstmal laufen. Wird's wahrscheinlich nicht. Weil Jörg sein... Ähm... Okay, doch, doch. Okay, wenn man Fokus von zwei, das ist wirklich hart. Ja, siehst du, ich hab meistens den Fokus von zwei. Nee, hast du nicht. Und manchmal von dreien. Ja, aber du hast ja auch mehr Rüstung. Nicht viel. Jedenfalls, äh, Jörg hat... Nein. Jörg hat... Moment... Wow, 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 wow. Nö, 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 nö. Was für die denn? Was ist das denn? Oh mein Gott, mein Spiel hat grad gehangen. Stark sind die auf jeden Fall. Järren. Ich hab Järren-Rüstung. Die haben coole Stilber. Die haben... Alter, die haben die riesige Speere. Das ist das war... Das ist dieser riesen Neandertaler oder so, den wir auf den Berg verprügelt haben. Das ist auch so einer. Das war auch ein Järren. Ja? Ja. Hier hab ich seinen Rüstung, die Järren-Rüstung. Hier hab ich's aber die Part angeschaut, um zu gucken, ob du mir wirklich keinen Teil da abgefuckt hast und das war ein ganz normaler Helm, aber das sah so aus wie ein Järren-Helm. Ich hab gedacht, das gehört dazu. Äh, hier ist ne Essenz. Alter, wie viele sind denn hier? Ja, deshalb interessiert mich gerade die Essenz wenig. Ich mein, die sind nicht... Die haben nicht viel Leben, aber die machen schon ganz gut Schaden. Und die haben gar keine Rüstung, ey. Die sind vollputzig. Die sind voll harmlos. Ich lass'n Erfahrung schreien übrigens. Danke für die Info. Hallo, Spiel? Ja, hängt gerade auch bei mir. Jetzt geht's wieder. Das ist halt, äh, bei Windows 7 hab ich das erst, dass halt manchmal mein Spiel einfach kurz hängt. Ich weiß nicht, wieso das ist. Das ist halt Windows 7 in der besten Version. Das ist in der Pro-Version und legal. Ja, ich weiß. Das ist wirklich legal. Ich hab gekauft, dass Windows vor mir liegen. Was ich übrigens noch nicht aktivieren kann, weil angeblich der Code irgendwie falsch ist. Jetzt muss ich das über ne 10-4-Leist-Virum machen. Und worüber hast du das jetzt aktiviert? Gar nicht. Du kannst ja Windows erst mal, äh, unregistriert machen. Die automatische Aktivierung ist in drei Tagen. Oh. Okay, und bis, wenn's bis dahin nicht geht, dann muss ich da halt nur wo anrufen und dann mein... Okay, ich glaub, dass... Okay, meine Ma... Scheiße. Freddy? Ja? Rette mich. Du stehst nicht mal in den Gegnern drin, du Vollidiot. Ja, meine Maus ist leer. Willst du mich echt komplett verarschen? Ich hab die die letzte Nacht geladen. Kurz, warte. Ich hab zum Glück noch Batterien rumliegen. Na, die ist wirklich leer? Ich hätte sie ja auch während dem Video laden können, fällt mir grad ein. Ah, hier ist übrigens ein Brunnen. Ich glaub, ich... Ich glaub, ich... Ich glaub, ich... Ich glaub, ich glaub, ich hab die schon mal. Ähm, wir sollten jetzt wieder zurückgehen, übrigens. Unser Befehl lautet... Der Kommandeur erwartet uns auf der... Ja. Request annehmen. Ja, ich hab den Brunnen noch aktiviert und requested. Und ich muss ehrlich gesagt... Also, ich muss ehrlich gesagt sagen... Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich freu mich tierisch auf das Sacred Let's Play. Ich mein, ich bin komplett raus, ich hab keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, aber das wird gut. Bin ich von... Überzeugt? Überzeugt? Oh, guck mal, wie süß! Können wir's bitte töten? Mh... Mh, nein. Ahoy! Oh, gelevelt! Cool! Oh, ich hab drei Nachrichten gekriegt. Alter Gott, mein Freund... Was kill ich denn mal? Ich könnte mein... Äh... Muss ich sowieso alles nie... Schon wieder einen kurzen... Äh... Bist du echt schon gelevelt? Ja, klar. Ja, dann mach ich hier einmal einen auf die... Geschwindigkeit und Qualität und dann noch da einen drauf und... Ich könnte mal das Kriegshorn machen. Ja, ich mach mal Kriegshorn. Du musst noch fast drei Balken leveln. Habe ich mal meinen ersten aktivierbaren Skill aus der Kriegsmeisterschaft genommen? Das Kriegshorn ist nicht gut. Nicht? Nein. Das Stunt aber oder so? Nein, es gibt zusätzliche... Kraft sozusagen den Freunden. Das ist doch die Standarte. Ach, keine Ahnung. Fick mich doch. Äh... Lähmt die Feinde vorübergehend. Okay. Ja, ich mach mal das Kriegshorn aus... Welch im Spiel mein ich denn das Kriegshorn? In noch irgendeinem Spiel gibt's das Kriegshorn. Hä, der ist mega geil. Ich stun einfach alle Gegner nur in der Umgebung. Okay, das ist cool. Wahrscheinlich nicht diese übertriebenen Bossgegner, aber halt... Kleinere, ne? So. Hier ist auch nichts mehr. Das Gebiet ist riesig. Ja, vor allen Dingen, das ging ja da vorne auch weiter nach... Äh, links. Ja, ich weiß. Rechts, links, irgendwo lang. Links unten. Und hier geht's sogar in eine Höhle. Gehen wir erst in die Höhle oder gehen wir erst nach links? Wir gehen erst in die Höhle. Warum? Weil die interessant aussieht. Finde ich nicht, aber ist deine Sache. Ja. Ich hätte heute mal was Sinnvolles machen sollen. Was denn? Weiß nicht, jedenfalls was sinnvoller aus, als viereinhalb Stunden im Display gucken. Hast du dieses Ding da echt geguckt? Ja. Ich hab's mir komplett angeguckt, bis auf den letzten Part, weil ich den schon kannte. Ich hätte heute vielleicht auch was Sinnvolles machen sollen, wie zum Beispiel für meine Prüfung Lähnen am Mittwoch. Ein Modpack zu erstellen. Ich hab erst in drei Wochen Prüfungen. Theoretische und nach den Sommerferien irgendwann praktischer. Ich hab grad irgendwo eine Nachbindung bekommen, wahrscheinlich von Kishi. Ja, Kishi hat mir auch schon die ganze Zeit geschrieben. In Zero2? Ja, wir schreiben nur in Zero2 miteinander. Nicht immer. Du hast grad das Gold aufgenommen, bevor es bei mir überhaupt da war. Ja. Assi. Und das ist der Grund, warum ich immer alles wegloot, damit ich auch mal was bekomme. Damit du auch mal was bekommst. Guck dir mal deinen Goldstand an, guck dir mal meinen an. Hier nach links ist es noch ein kleines Stück Scheiße. Hier geht's auch runter. Lass erstmal hier runtergehen. Ja. Oh, Rattenmenschen! Oh, wie lange hab ich euch nicht mehr gesehen. Das ist hier so süß. Ich hasse Rattenmenschen. Ich liebe die voll. Ich meine, das sind Ratten. Du kannst sogar einen Köcher als Rüstung haben. Die sind leider nur sehr schlecht, weil die alle kaputt sind von denen. Aber... Ich müsste demnächst übrigens mal zum Umzauberer. Ich werde nämlich jetzt mal meine gesamten Skills um... Also meinen gesamten Zauberbaum sozusagen verändern. Was meinst du denn mit dem? Ich will die kompletten Skills angefeindern. Wie? Zurückleveln und so. Achso. Weil ich schlecht geskillt hab. Man sollte sich auf drei, vier Sachen konzentrieren und nicht einfach sechs Millionen. Achso, wie ich das mache. Konzentrierst du dich auf sechs Millionen, oder? Nein, auf... Eins, zwei, ja genau. Naja, ich hab halt hauptsächlich meinen kalkulierten Schlagkokoskills, mein Gift, meine Klingenschärfen und mein Wurfmesser, weil es alles Passivskills sind. Ich hab ein bisschen was in meinen Wolf gesteckt. Heilen, Eichenherz, ähm, Ziehberührung, Albtraum und Schockwelle. Und Schockwelle ist voll. Und ich will jetzt halt mal ein bisschen entweder mein Eichenherz weiter skillen, oder mal... Das hängt, danke. Ja, keine Ahnung, was ist das so, das liegt jetzt an Windows 7 oder so. Aber das hatte ich auch damals schon, manchmal, als ich noch Windows 7 als Playtime hatte, hatte ich auch manchmal das einfach alles kurz mal hängen. Dafür können wir es jetzt spielen. Ja. Und ich will jetzt halt umskillen. Ich weiß noch nicht, was ich runternehme. Damit ich endlich mal wieder meine Wölfe ein bisschen länger überlebend habe. Ich find das jetzt aber nicht so, dass es sich lohnt, dafür umzuskillen. Ich mein, das kostet viel zu viel und im Endeffekt skillst du dann genauso scheiße noch. Es kostet mich viel. Kostet ein bisschen Geld, ja, und? Was machst du sonst mit dem Gold? Wir haben eh zu viel, zu viel. Farben kaufen. Wir haben übrigens noch vier Minuten für den Part hier. Ja. Farben kaufen. Ich kann mir jetzt alle Farben der Welt kaufen. Ach halt. Und selbst dann haben wir noch Geld über... Oh nein, schwarzer. Egal. Okay, er ist down. Ich will seine Rüstung haben. Dann sammle sie auf. Aber die ist scheiße. Ich werde mal in einer guten Verzauberung haben. Ja. Ich will auch gerne, wenn man so Sachen selber so verzaubern könnte. Wie halt Online-Rollenspielen. Hatten wir den nicht schon aktiviert? Was? Ja. Ne, man, wir hatten anderen aktiviert. Ja, okay. Den hier. Bei mir war der auch gar... Also bei mir war der gar nicht mehr da. Also den hast du schon vorher gekriegt. Ja, schon, ich hab den jetzt auch. Ich weiß, ich seh es, ja. Ich hab jetzt ein Eis und einen Erfahrungs. Hast du den Erfahrungs immer noch an? Den hab ich gerade erst angemacht. Hä? Das war ein Erfahrungs. Davor hab ich ein Eis angemacht. Wo war denn der? Der stand da mitten in der Landschaft. Okay. Ich bin gestand. Viel Spaß. Danke. Wir wurden durchgeschafft. War da oben noch was? Ja, nee, oder? Nee. Doch, ich kann nicht hintergehen. Woher kommt der? Weiß ich nicht. Okay. Ich hab übrigens aus Minecraft-Ware ein paar gute Sachen für PvP gelernt. Was denn? Guck dir das einfach an. Es ist... Man lernt, wie man effektiv verzaubert. Öfff... Moment, sind wir jetzt den ganzen Weg zurückgegangen, weil hier nichts ist? Ja. Es ist genauso wie in allen anderen Spielen, die ich Let's Play. Da gibt's zwei Wege. Ich gucke in den ersten Weg rein. Sieht so aus, als würde es da weitergehen. Gehe ich den zweiten Weg komplett durch. Und da geht's dann weiter so am Ende. Und dann ist da so im ersten Weg eigentlich nur ein Raum noch gewesen. In den ich einfach hätte reingucken. Das ist aber ganz normal. Das hasse ich voll. Das ist ein Phänomen an solchen Spielen. Oder überhaupt an Spielen. Ach, da oben war der Schrein. Ja, genau. Ja, und geht's hier noch weiter? Nee. Ich brauche immer noch einen Strich. Ich hab hier schon wieder einen Strich. Bin ich noch zwei Striche hinter dir? Hey, das ist gut. Ja, anderthalb bin ich. Hier brauch ich noch. Ja, ich hab jetzt auch den ersten Strich und dann noch einen knappen Dritten. Bisschen. Und jetzt bin ich wohl bei der chinesischen Mauer, wie es aussieht. Hatte ich ja schon gespoilert, aber war ja logisch wegen Babylon außer für dich, weil du halt keine Ahnung hast. Ich mein, ich hab keine allgemeinen Bildung, ne? Aber ich hätte von dir echt mehr erwartet. Wo soll ich bitte wissen, dass Babylon an der geheimen Mauer da liegt? Naja, weil die Chinesen sich vor den, äh, babylonischen Kriegern schützen wollten. Thanks. Ich bin doch ziemlich nicht so für China. Ich bin Japan cooler mit den Ninjas. China hatte die, ähm, Ronnys. Ronnys sind langweilig. Samurais sind krasser. Also ich hab richtig Bock auf Battery Heels wieder jetzt. Ronnys sind die Samurai der... Wow, 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 wow. Nein, Ronnys sind, äh, einfach, äh, sowas wie seltener. Die haben bezahlt. Und Samurais sind, ne, Kriegsanhalt gewesen. Das war sowas wie generell... Ja, ja, lass mich halt alles töten. Also dieser Weg gärnaht mich irgendwie dann so ein bisschen an das Ende. Gerade. Ja, ist auch so. Texturen sind aber anders. Ja, behalt's aber. Der große ist übrigens gefährlich. Oh. Das ist ein Boss oder so. Ja, er wanted mich fast. Ich find die Musik auch grad extrem cool. Der ist rot. Warum ist der rot? Weiß ich nicht, weil ein kolossaler Peng ist. Und der hat übertrieben viel, äh, Mana. Und übertrieben viel Leben auch. Kannst du die Kleinen töten? Und der Part ist vorbei. Ähm. Bist du grad gestorben? Nein, ich bin grad dann weglaufen, weil ich grad die Musik ausmachen wollte. Ja, der Part wird überzogen. Egal. Ja, klar. Ich bin gleich down. Und... Er ist weg. Was muss das denn? So, Leute, dann hat euch der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal da dran und ciao.